Heute nicht immer so... Ich beleidige nur die, die ich kenne. Und den Download. Den Download. Ohne Scheiß, ich mach mir meinen... Ich mach den Namen anders bei meinem Shami. Ich mach Download rein und dann versuche ich irgendwie ein Bild rein zu machen von einem, der Down-Syndrom hat, mit einer Krone. Also brauche ich nur ein Bild von Knossi. Was ist denn das? Mach mal Optik. Was ist denn das für ein Spruch? Die Jugend von heute, da kommen wir nicht mit. Das ist bestimmt so die Drogenszene. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich bin ja Shami, ich hab ja voll krassen Kampfrausch. Das war zu spät, Pally. Was war denn das für ein Safe? Mit der Safe? Äh, ich hab... Gibt sie Angst, Schatz? Komm mal gehen rüber, Mage. Ich komm mal mit dir. Ich bin halt nicht so schnell. Ja, wir haben ja einen Michi als schnellen... als Sprintkrieger, ne? Willst du mich? Hä, wo bist du denn? Wärts versteckt. Wir haben einen nervigen Shoken in der Mitte. Geil, hier ist keiner. Wir können euch leider nicht helfen. Ich schaue euch auch nicht. Oh. Äh, komm mal hier rein, dann kann dieser gammige Hunter nicht raus. Zehn Kilometern. Ah, gut. Ja, kämmens. Shane. Tschüss Mori. Okay. Hunter gesloat. Redo. Stunnen danach nochmal. Ah, ne, wir haben broke. Easy. Ah, da ist ein Bersibuff drin, ne? Was, Bersibuff? Sag. Eigentlich hätte ich mir den... Ich hab mehr Heilung. Ja, das wärst du eigentlich gern, wenn der Bersibuff heilen, noch Heilung erhöht. Das ist nicht. Ne, oder? Schaden. 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 30% mehr Damage und 10% mehr erlittener Schaden. Was ist denn das für ein Käse? Komm, das Ding haben wir. Ja, mein Heal wär echt geil, oder? Ja, das wär... Heiler mit Bersi. Komm, wir holen uns die Mitte wieder. Ja gut, jeder Heiler, der mit dem Bersi vor der Nase wegschnappen würde, würde ich beleidigen. Bis zum Tod. Und noch viel weiter. Aha. So ärgert man dich also. Ey. Hol ich nicht auf nur die Idee geh. Du hast mir die Idee gegeben. Der Hunter, das bringt zwar auch nix. Was? Oh. Hau du ne Hilfe bei euch? Ja. Michi vor Hilfe. Ich bin zu weit weg. Ham dich Michi. Go, go. Töten. Ja, ja, ja. Töten. Ey, nicht zu schnell weg zum Töten. Ah, bei mir ist ein Hexer. Okay. Ist das ein böser Hexer? Nein. Stirb. Mach'n Pally, mach'n Pally, der kann keine Bubble machen für drei Sekunden. Ich mach' auch mal Bubble. Okay, ist abgehauen. Oh. Boah, du Drecksack, du Elender. Having slowed. Ich bin rot. Das Pally. Ah. Fuck. Ah. Bei mir ist es da Broke. Oh, 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 oh. Aua. Aua, 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 aua. Ganz böses Aua. Was heißt ein Walker? Ah, dieser ist ein Scheiße. Schau mir da oben. Dich so ein Broke wenn er könnte. Ich geh mal ab. ich glaube nicht dass wir das dritte noch bekommen ist ein holi faller hier kommt manchmal den in line optische nicht bei mir ist so wie ich kann grad nix machen ab kein marmer mehr der roe gibt mir ziemlich auf die nerven hier hätte mal ein totem ich bin tot ich werde jetzt auch sterben not so fast jetzt punkte ich glaube wir kriegen th da kommen wir kommen wir nicht erlebt da drüben noch was war rox wir kriegen wir kriegen hier th dann bleibe ich mal da ne kommt jetzt kommt das nicht gar nicht geglaubt ne 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 dit ruido kam eben her ich ne 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 geht es mal vergessen ich glaube er hat zu viel eis gegessen ja natürlich mal jetzt ist he rainbow naja ich will das so typischer moment da is tata ich weiß nicht oh man ist die Welt ja geil wenn man sich einmal auf seinen Heiler verletzt hat ja wie fick ist denn der Inck? gut, geht eigentlich ja dann bleibe ich hier in der Mitte er mag dich ich mag ihn aber nicht ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich ich hab den Dudu betäubt nix konvog hier hör mal jetzt rabbelts im Karton hier hat der immer zu viel Werbung von ice.de gesehen? ne lustigerweise hab ich die Werbung noch nie gesehen ihr habt ja kein deutsches Fernsehprogramm hier warum eigentlich nicht? warum? ja weil wir nur französisch oder niederländisches haben und dann ARD und ZDF das war's aber ach du scheiße du müsstest aber eigentlich die anderen Programme auch kriegen so hier ist halt 1 pro 7 RTL nope nicht bei uns in Belgien also wir kriegen die in der deutschsprachigen Gemeinschaft kriegen wir die aber nicht im Rest des Landes da haben wir keinen Deal mit den Deutschen ich wusste ich wusste scheiße ich bin mir angepüßt so aufzustecken und dann so nein der schubst doch der Drecksack das Tote hat er aber gut gestellt hat er gut gestellt ich wollte das Tote kaputt machen was sollen wir machen? oh also nette Tausche geh genau in dem Moment ja geh wir rüber geh wir rüber und dann sind wir wieder zurück geh wir rüber geh doch mal rüber geh wir mal rüber geh wir mal rüber geh wir mal rüber also ich mach Mond und Sonnenfeuer ne? ja auf mich bitte wenn das heilt ist das cool das heilt nicht das heilt nicht erfahrt das andere hat's du hast eine Verjüngung das müsste reichen für die nächsten 15 Minuten ok ich schau mal vielleicht komm ich damit aus oh ah das ist unser Mann aber was macht der da Friedhoff? eine Eule guck mal wie hübsch sie ist oh und Tantapets naja du fallst feier eine gegrillte Eule ist sicher besser na na ach doch kannst die arme Eule doch nicht grillen so schön in da oben sie darf mein Essen sein voll ah der Krieger dann läuft er wieder macht immer nur in seine Richtung andeuten dann läuft er weg er hat Angst wenn er dich sieht klar war so eine Ork Lady und dann diese Eule noch dazu und eine Katze da hätte ich ja auch Angst was ist los Drowney? wirst du wieder geschubst? ne 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 geklatscht wurden wir alle geklatscht gibt's dir neue gib dem man eine Cookie dem Drowney klatscht hat gib's ihm noch ne bitte da da ist was da es kommt dir doch hoch da das hab ich angegriffen hau es hey ich komme mal zu euch rüber ihr schafft es ja scheinbar alleine nicht ne ne das ist richtig schwierig hier wir müssen im kreis laufen er will ja das mit umgeben ich sehe gerade aber die flagge mich ist der turm er hätte nicht aufge ich bin nicht zurück ich gehe nicht zurück ich weiß dass du mir direkt abgeben du bist ein schlaues michel komm in den turm michel er mag nicht mit mir in den turm gehen sehr enttäuschend das ist ja schön du rohrst heute aber ziemlich oft auf ja jeanette fordert gerade nicht geh mit mir in den turm komm doch jetzt komm endlich komm schon sehr gut wie sie ist schön komm schon jetzt bin ich drin nun wie ist das so für dich eng und warm ja es ist gerade wirklich warm da steht der feuerhelle drin mach lieber schluss glas ich bin die Ja, ja, ja.